Das war schon reichlich durchgeknallt. Vorsicht, nicht dass du da gleich die Kerbe reinsägelst. Willi? Das ist ja wie so ein Band durchschneiden, ja? Ja, bei so einer Straßenöffnung fangt von der Seite an. Nein, ich muss aufpassen. Denk auf den Finger. Zack. Und? Ich sehe noch was. Ja, da machen sie mal auf die Tür. Boah, es ist die dicke. Ja, ist ja auch eine dicke Zeit, ne? Wenn das jetzt LPs wären, das könntest du nicht heben. Das könntest du nicht heben. Wie macht man das denn auf hier? Ja, ich will sie nicht wehtun. Den Zellophan. Den Zellophan. Den Zellophan weg. Gut, dann. Zellophanieren wir den Zellophan mal eben weg. Das Messer, das sieht nicht nur gut aus, das ist ja höllenscharf. Wie man sieht. Das schneidet auch Papier. So, ich hau es. Und da ist er. So, ich glaube, das Messer brauchen wir nicht mehr, ne? Ja, das geht alles per Hand. Ich, der es nicht verdient hat, lüfte die ganze Sache. Du lüftest die Gange. Oh, da ist ja noch eine Uhr drin. Das andere Handgelenk noch eine. Ach, das ist das Buch. Guck mal. Riechen tut sie gut. Och, ist das ein Oscheier. Das kommt mir bekannt vor hier. Das ist toll. Das habe ich auch schon gesehen, ja. Aha. Sehen, ob der Geruch rausgegangen ist. Ne, riecht immer noch so. Wir haben hier jeder drei Tage lang die ganzen Dinger unterschrieben. Drei Tage lang, das war mehr. Ja, gut, wenn du langsam schreibst, war es mehr. Ja, dann war es langsam. Die Kunst war es ja immer mit dem Stift. Es musste ja immer auch gleich aussehen. Immer den Stift ausgewechselt. Ich habe bestimmt 20 Stück davon gekauft. Und dann immer geguckt, zwischendurch mal wieder eine Schreibtraube gemacht. Wann hat er mal einen Aussetzer oder sowieso. Oder war mal ein Kleckser drin. Ja, und immer genau oder sowas. Das können die Leute überhaupt nicht nachvollziehen. Was das im Grunde genommen eigentlich für eine Action gewesen ist. Und die Pakete hin und her schleppen, von Wohnung zu Wohnung. Zu dir, zu Erke, zu mir. Und immer darauf achten wir, ja, nicht Knick reinmachen. Nicht Knickern, nein. Ja, das, das... Ich habe auch ein paar Kleckse drauf gemacht oder so. Und da habe ich dann aber auch so ein Klecks ein Blümchen gemacht. Also irgendjemand wird auch wahrscheinlich dann so ein Kunstdruck bekommen. Da ist dann Blümchen drauf. Ja, da hat Lufo-Mastatum draufgeschrieben. Da habe ich ein Mastatum draufgeschrieben. Also es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Hier ist zum Beispiel ein Sternchen drauf. Das habe ich auch nicht überall gemacht. Aber es ist was völlig anderes, wenn du dieses Booklet jetzt... Was anderes, ja. ...auf einmal in den Händen hältst. Blättern mal. Weil du siehst es ja sonst nur... Auf der Schreibmaschine. Auf der Schreibmaschine. Wie wie die immer so schön sagt. Und dann auf einmal so hochglanzbar. Wow. Das ist schon... Das traut man sich ja gar nicht anzufassen. Meistens riechen die auch. Ach, du mit deinem Geruchste. Das ist sehr wichtig, das Wichtigste. Ach, kauft ihr doch Illustrierte, die riechen auch. Ja? Ja. Unglaublich. Aber gut, ich meine, Geruch hat ja auch was mit Musik zu tun. Schmackliche Nasenmelodie. Ich kann alles lesen. Ist was anderes als ein Bildschirm. Also nach drei Seiten würde ich sagen, ich bin jetzt doch sichtlich überrascht. Weil... Die haben es doch richtig gut gemacht. Und... Das ist doch Losgant. Das ist Ruhi Losgant, ja. Und hier ist Conny Plank. Da ist er drin. Glaubst du, dass ich den nochmal besucht habe? Nee. Ja. Auf Friedhof oder wo? Nee, kurz bevor er gestorben ist. Echt? Da habe ich gesagt, wissen Sie, wer ich bin? Ich habe mal bei Groschen. Du, da macht er seinen Schrank auf und bupp, die Alben stehen da drin. Der wusste es noch. Im hohen Alter nicht vergessen. Guck mal hier. Da war es kalt. 74 waren wir auf Schiffreise. Ja, ich kann mich erinnern. Irgendwie nach Brunsbüttel. Glückstadt nach Brunsbüttel, weil wir abends ein Konzert in Brunsbüttel hatten. Das war jenseits von Emmen. Das war schon ganz weit weg, ja. Unsere sogenannte Schlegswick-Holstein-Tour, ja. Die haben wir öfters da oben gehabt. Und da ist das Festival, wo die Bombe geplatzt ist, von der wir vorhin erzählt haben. Hier, Ruhrwiesen. Das war da. Tatsächlich. Da ist die Bühne noch zu sehen. Hier, da zünden sie die Bombe gerade an, wie dann hinter der geplatzt ist. Da sind sie. Guck, da brennt schon die Wiese. Ja, das ist also schon einmalig, das Buch. Der Käse. Der Käse war unser erstes Auto. Unser erster Transporter. Käse, Eier, Butter, Milch, Transporter. Ja, hier, das war der Truck. Und hier war unser Tourauto. R4 Renault. Mit fünf Leuten drin. Innen. Ja. Wollen wir den Scheibenwischer kaputt haben. Zwischendurch ging der Scheibenwischer nicht. Dann haben wir uns eine Konstruktion gebaut von innen. Da wurde mit Bändchen gezogen an dem Scheibenwischer. Links, rechts, wenn nicht die hin und her gingen. Man glaubt das gar nicht. Komm, wir gucken mal, was da noch drin ist. Ich gehe davon aus. Also, das war der Kunstdruck, das Buch und die CD. Ah, so sieht das aus. Da sind ja alle einzeln drin. Meine Herren. Schön verpackt. Alter, schau. Ach, da kannst du reingreifen. Ja. Und dann sind die hintereinander. Vier Bündelchen. Vier mal vier plus eine zusätzlich sind siebzehn. Das ist ja verrückt. Siebzehn CDs im Karton. Naja, und alle schön einheitlich, ja. Ja, das ist ja nun wirklich toll. Im Grunde genommen ist das unsere eigene Zeitreise, wo alles wirklich seit 1965 drinsteht, was wir erlebt haben. Ja, zum ersten Mal so gebündelt festgehalten in so einem dicken Buch. Das hat es tatsächlich noch nie gegeben. Alle Algen drin und alle Bilder in Farben, Zeitungsartikel, Presseartikel, wo wir wirklich drei Jahre lang dran gesessen haben. Und jetzt hältst du das auf einmal hier in den Händen. Und man ist ja am Anfang immer so ein wenig misstrauisch. Funktioniert das auch tatsächlich alles so, wie man sich das erträumt? Da würde ich jetzt mal ganz klar sagen, unsere Träume sind wirklich mehr als in Erfüllung gegangen. Ich bin irgendwie ein bisschen gerührt, wenn ich das jetzt so vor mir sehe. Das ist... Ich hoffe, dass wirklich jedem, der diese Box sich zulegt, dann auch so geht, dass er seine Jugend dann wieder drin entdeckt. Zig Leute geben, guck mal da auf dem Bild, da bin ich drauf. Einer hat mir schon gemailt, irgendwie bei dem Konzert, auf dem Foto, weiß ich, bin ich drauf. Nehmt ihr das auch mit? Ich glaube, wir werden viele Leute überraschen, die sich dann da wirklich sehen. Ja, das war ja auch unsere Absicht. Auch viele Fanfotos, die wir in den letzten 40 Jahren eigentlich bekommen haben, mit zu integrieren. Und ich denke mal, ein schöneres Präsent für unsere Grubschnittfreunde geht gar nicht. Hat's nur nicht. Also das ist wirklich... Und persönlich signiert. Jeder bekommt die eigenhändigen drei Unterschriften. Jeder. Das ist kein Druck, das ist geschrieben mit Filzstift. Mir tut heute noch der Daumen weh davon. Ich glaube, wir brauchen die Ebenen weh davon. Das ist ein Druck, das ist die Dünn und ich diese Dünn und ich glaube, die Dünn und ich glaube, die Dünn und ich glaube, das ist eine Dünn und ich glaube, Untertitelung des ZDF, 2020